Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz' Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oho, ja! Ja, Mann, es ist so lustig, wenn Kinder sterben. Luisa... Der hat das hier gesagt, Alter, nimm das sofort zurück, Junge. Holy shit, Alter. So was kannst du nicht sagen, Junge. Was ist denn mit dir? Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Könntest du uns etwas Wasser bringen, Papa Wutz? Hm, na gut. Samen brauchen sehr viel Wasser. Oh, da ist aber irgendwas passiert. Oh, oh, Emergency Meeting. Als ob, Digga, als ob auf Among Us. Wo warst du, hässliche Oma? Im Schuppen? Allein? Nein, mit deiner Mutter. Wo hat Oma Wutz? Junge, what the fuck? Oh, Junge. Entschuldigung. Ja, und die haben auch Eier. Können wir die essen? Nein, Freddy. Aus diesen Küken schlüpfen bald Eier. Ah, so'n Ding. Können wir die essen? What the fuck? Zehn. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Oh. Pepper kann niemanden finden. Oh, nein. Oh, Wall-A-N-Up ist eine so... Oh, what the fuck? Oh, mein Gott. Oh, mein fucking Gott. Oh, mein Gott. Oh, Junge. Oh, Junge, Alter. Oh, Junge. Fucking Montana Wutz, Alter. Hallo zusammen. Wo ist dein Gipsverband? Der Gips ist ab und mein Bein ist wieder heile. Ja, schade, Bro. Ist es denn auch wieder stark? Es ist stärker, als es vorher war. Ganz viele Steroide da drin. Unser Haus steht nämlich genau hier. Oh. Papa Wutz hat eine Leiter gefunden. Das ist komisch. In unserem Garten gibt's keine Leiter. Was ist denn jetzt los? Ach, der ganze behinderte Unges überall. Jesus, du bist wunderbar. Also hier kommt uns Freunde sicher nicht besuchen. Mitten in der Wüste. Da kommt ein Schnabeltier. Oh, oh. Okay. Auf Perry angenehm. Junge, Alter. Ich möchte bitte einen Sehtest machen. Aber gern. Herr Pony testet Peppas Sehkraft. Kannst du mir bitte diese Buchstaben vorlesen? Peppa ist einfach komplett blind. Und was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Und jetzt die Zahlen, bitte. Oh, meine Hand. Oh, ich verliere Aktivgehörnzellen. So geil. Gute Neuigkeiten. Diagnose Lungenkrebs, Alter. Oh, ob das so gut ist. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Opa Clef ist erwischt worden. Was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier? Menno, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Zehner, da kommen jetzt irgendwelche Augen. Es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Oh, scheiße. Liegt ja gerade vor meinen Augen einen Tu-Member getötet. Ah, so Simon. Ja, Zehner, was soll ich sagen. Bro, zu wild, zu fucking wild.